Hallo, schön, dass Sie gekommen sind. Ich bin Patrick, der erste Ansprechpartner meiner Kunden für ein geplantes Bauvorhaben. Und ich möchte Ihnen heute einmal meinen ersten Ansprechpartner für alle Themen rund um Neubau, Sanierung oder Modernisierung vorstellen. Die Firma Köbig, den Baustoffspezialisten der Region. Als Vollsortimenter und an 13 Standorten vertreten, ist das Familienunternehmen in fünfter Generation seit über 125 Jahren die Anlaufstelle für gewerbliche Unternehmen und private Bauherren, Architekten, Planer und Handwerker. Oder wie Köbig viele meiner Kollegen gerne zitiert, hier trifft sich die Branche. Kommen Sie, ich zeige Ihnen heute mal den Köbig-Baupark. Das wirklich einmalige Erlebnis einer perfekten Produktpräsentation. Hier kann ich mir auf über 4000 Quadratmetern Ausstellungsfläche alle Produkte am Objekt anschauen und mich immer wieder neu inspirieren lassen. Fangen wir mit unserem kleinen Rundgang doch gleich hier vorne an. Ein großes Thema bei meiner Arbeit sind die zahlreichen Formen und Einsatzmöglichkeiten von Fliesen. Da bin ich schon froh, einen kompetenten Partner wie Köbig zu haben, der mit über 5000 Palettenstellplätzen nicht nur ein riesiges Angebot hat, sondern mich auch immer wieder dabei unterstützt, die richtige Auswahl zu treffen. Etwa hier, im einzigen Studio der berühmten spanischen Grupo Porcelanosa in Deutschland. Außerdem fahren die Fliesenprofis von Köbig regelmäßig auf die weltweit führende Fachmesse für Architekturkeramik und Badezimmerausstattung nach Bologna, um die neuesten Trends und Fliesen zu entdecken. Anschließend werden uns die Ergebnisse dann hier im Baupark, im Köbig-Haus der Fliesen in Frankfurt und im Köbig-Fliesentreff in Gensingen präsentiert. Auch beim Thema Badezimmer und Sanitär sehe ich Köbig übrigens ganz weit oben. Was einem hier geboten wird, ist schon spitze. Und damit meine ich nicht nur den Espresso. Modernste Produkte für maßgeschneiderte Bäder. Ob klein oder groß, ob einzelne Komponenten oder komplette Lösungen, hier können Träume wahr werden. Manchmal frage ich mich wirklich, ist das eigentlich noch ein Badezimmer oder schon eine Wellness-Oase? Und das Ganze lässt sich hier vorab auch noch computerunterstützt in 3D planen. Meine Kunden und ich sind jedes Mal begeistert. Jetzt möchte ich Ihnen das Herzstück des Köbig-Bauparks zeigen. Das Haus im Haus. Über 400 bautechnische Produkte wurden hier anwendungsorientiert und anschaulich verarbeitet. Von kostensparenden und umweltschonenden Dämm- und Heiztechniken über zertifizierte Materialien für eine bessere Wohngesundheit bis zu modernen Hausinstallationen zur Sicherung der Wasserqualität. Der praxisnahe Einblick zeigt, welche modernen Baustoffe beim Neubau oder der Gebäudesanierung heute vom Keller bis zum Dach eingesetzt werden und natürlich bei Köbig erhältlich sind. Zum Beispiel die große Auswahl an Fenstern, Türen und Beschlägen und verschiedenste Einsatzmöglichkeiten von Holz. Übrigens, mit einer bewährten und praxisorientierten Logistik sowie einer der modernsten Fuhrparkflotten der Branche sorgt Köbig auch stets dafür, dass die richtigen Produkte in der richtigen Menge zum richtigen Zeitpunkt auf der Baustelle landen. Und wenn der Handwerker seinen Bedarf an Produkten aus den Bereichen Sanitär, Heizung und Installation einmal selbst abholen möchte, dann fährt er einfach in das rund 30.000 Artikel fassende neue Köbig-Zentrallager nach Mainz-Hechtsheim. Aber dies allein wäre schon einen eigenen Besuch wert. Bevor ich mich jetzt von Ihnen verabschiede, möchte ich Sie noch auf einen Spaziergang durch die Gärten der Welt einladen. Hier hole ich mir tolle Anregungen für eine moderne Gartengestaltung mit Natursteinen aus Granit, Basalt, Sandstein oder Beton. Aber sehen Sie selbst und vielleicht trifft man sich ja demnächst bei Köbig wieder. Vielen Dank. Vielen Dank.